1, 2, 1, 2, 3, 4 Baby bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt Baby bitte mach dir nie mehr No no, no no, no no, no no Bonjour à tous, oui c'est oui oui, Florent Marquez, de la Team Turbo Poker Mais là on vient juste de reprendre au 3ème niveau, Blende 200, 400 en T25 Donc on vient d'avoir la 1ère pause, donc par rapport au stack de départ Où on avait démarré avec 77 000, j'ai 95 000 mit 2-3 kleinen coups, die sich sehr gut befestigen. Er hat auch ein Potschonfekt mit den As. Er hat einen Versuch will Bluff-River. Für den Moment alles ist gut. Ich habe Steph mit rund 200.000, aber ich weiß nicht mehr für die anderen. Das dauert. A später. Wir haben die zwei ersten Levels in der Woche gewonnen. Es war ziemlich soft. Wir haben 5-6 Mains gewonnen. Wir haben einen kleinen Swing gewonnen. Wir haben 90.000. Das ist nicht schlecht, wie ein kleiner Start. Wir werden versuchen, den Stack weiterzunehmen. Und wir werden immer noch in der Kurse großen. Ich habe 9.000. Das ist gut. Es ist sehr agressiv. Aber ich habe eine sehr agressivere Tappe. Aber es geht gut. Es ist ein Françaises? Nein, wir sind zwei. Es gibt zwei andere. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir diskutieren ein wenig. Es geht nicht. Es geht schnell. Wenn ich nicht mehr verstehe, ich frage mich die Frage. Es geht nicht. Ich denke, ich werde 10.000. Ich werde 10.000. Kf. 14.000. 14.000. Und 14.000. Und eine Tourdeuse zu Gazon. Ich werde nicht mehr auf dem Kopf. Ich bin in einem anderen Welt. Und heute ist es lang. dir. Ich werde mich von Ihnen, nur das ganz lange krone. Nur ein kleiner P horrende. Aber heute ist das weg. Jetzt ist es Frontier. Ich werde dich aufgas скорее. In